Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DAX Checks. Gestern kamen die Börsen im Verlaufe des Handels wieder etwas unter Druck, nachdem in den USA die Inflationsdaten weiter steigen, weiter auf sehr hohem Niveau sich bewegen. Das hat gerade an der Wall Street für Gewinnmitnahmen gesorgt. Beim DAX sehen wir es aktuell noch genau knapp unterhalb des jüngst erreichten Allzeithochs. Wir sind jetzt bei 15.790 Punkten gestern aus dem Handel gegangen. Also der Kampf um die 15.800 Punkte geht unabhängig von der Inflationsentwicklung weiter. Wir sehen es hier inzwischen, die ersten Kurse sind bereits da. Aber aktuell wieder etwas tiefer, wie erwartet worden, nach den schwachen Vorgaben aus den USA. Aktuell im Bereich 15.750 Punkte. Und wie könnte es nun weitergehen? Voraussichtlich bleibt dieses Spannungsfeld zwischen der einerseits steigenden Inflation und der Angst vor steigenden Zinsen sowie gleichzeitig den weiter grassierenden Mutationen rund um das Coronavirus auf der einen Seite erhalten. Auf der anderen Seite ist eben nach wie vor sehr viel billiges Geld im Markt. Die Alternativen zum Aktienmarkt sind nach wie vor nicht vorhanden. Selbst wenn die Zinsen etwas steigen würden, bleiben wir auf einem Niveau, auf dem Anleihen oder auch die Rendite auf dem Sparbuch eben keine Alternative sind. Deswegen gehen wir vom Aktionär schon davon aus, dass es weiterhin die Aktie eben das Maß aller Dinge ist, dass der DAX neue Rekorde mittelfristig erreichen könnte. Allerdings, wie gesagt, das Spannungsfeld bleibt. Deswegen der Inline-Optionsschein aktuell noch die beste Wahl. Empfehlungskurs war 4,33 Euro. Die Barrieren sehen wir hier eingeblendet. 14.600 auf der unteren Seite und 16.400 Punkte nach oben. Das bedeutet, selbst bei einem neuen Allzeithoch ist nach oben noch etwas Luft. Aktueller Kurs ist entsprechend in etwa auf Empfehlungskurs. Von daher gilt auch nach wie vor, man kann hier noch einsteigen. Es ist noch ordentlich Luft. 10 Euro wäre der Auszahlungsbetrag, wenn die Barrieren bis September nicht gerissen werden. Von daher sind wir heute bereits wieder am Ende. Noch einmal der Blick auf die Kosttafel. Weiterhin 15.750 Punkte. Ich wünsche Ihnen heute einen guten Handel und hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Dann gibt es eine neue Ausgabe des DAX-Checks. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.